hallo und guten morgen hier ist der christoph vom kanal schnurres 58 und es ist endlich da mein alux 2016 limited edition das ding ist top also mich hat es erstaunt über diese farbe die kommt so geil rüber also ein super 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 ding ein pioneer zeige ich noch die werkzeuge aber die kennt ihr ihr alle ein ganz klasse teil wunderbar 2016 limited edition ein augenschmaus kann ich sagen ich weiß nicht ob die farbe jetzt hier so rüberkommt wie sie soll aber ein ganz tolles tolles anox und die farbe ich weiß nicht falsch im blau oder was das ist ich glaube orchideen irgend so was aber ganz tolles messer und ich werde mir die anderen beiden auch noch holen limited edition 2016 super messer das wollte ich nur zeigen endlich ist es da und ich bin froh dass ich es habe ja das wäre es eigentlich schon wieder gewesen ich danke fürs rein sehen fürs zuhören bis zum nächsten mal dann ne tschüss